Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder, bei meinem Let's Play zum June 2000. Und ja, wir waren aber letztes Mal hier und haben einige Angriffe abgewehrt. Und da würde ich mal sagen, Freunde, machen wir jetzt hier mal weiter. Äh, ja, der Sammler hier, der muss definitiv nach Hause kommen. Weil der hat die einzige Kohle, die wir im Moment hier kriegen können. So, und dass das Spiel jetzt so langsam läuft, gefällt mir gerade gar nicht. Aber das sollte schon passen, so. Ja, denke mal schon. Ähm, oder wisst ihr was? Ne, ich mach nochmal ganz kurz einen Soundcheck, also bis gleich. Ja, das passt, das passt, okay. Sehr gut. So, da kommt ein Schallpanzer. Zack, der ist direkt weg. Okay. Gut, Freunde, ich kriege wieder zwei Lieferungen. Ich brauche unbedingt jetzt hier die letzten Gebäude, weil dann kann ich mit Einheitenproduktion anfangen. Was geht hier wieder ab? Nichts, okay. Sehr gut, Freunde. Ähm, ja, wie gesagt, wir spielen hier weiter mit den Orders. Kriegen jetzt gleich wieder eine Rakete in die Fresse. Okay. Ich brauche schon mal eine Energie, weil es kann sein, dass der meine Energie klauen möchte. Ha. So. Wenn er das tut, dann habe ich direkt... Ja. Ach, Sadukas, Leute. Immer diese Sadukas. Oh, die fliegt anders. Ha. Nicht getroffen, Junge. Nicht getroffen. So, Sammler, fahrt mal hier runter. Gegen die Sadukas möchte ich mich nicht anlegen mit meinen Raketentürmen. Nein, 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 nein. So, einer ist weg. Okay, das passt schon so. Das passt schon so. Sadukas, Leute. Die sind so stark, aber ich kann die irgendwie nie spielen. Das ist... Diese Einheiten sind immer dem Gegner zugewiesen. Immer. So, dann fährst du mal bitte, weil du schon kaputt bist, hier auf die Quelle da. So, ja, wie gesagt, also freut mich, dass ihr wieder dabei seid hier bei Jun 2000. Freut mich, dass dieses Spiel noch so Anklang findet, dieses alte Strategiespiel. Und, ja, würde ich mal sagen, brauche ich als nächstes ja eine Hightech-Fabrik, ne? Wir bauen mal ein Manikon. So, und... Genau, hier kommt nämlich der Palast hin. Genau, so habe ich mir das gedacht. Da kommt der Palast hin und hier kommt jetzt die Hightech-Fabrik hin. So. Damit ich endlich mal hier fertig werde mit der Basis bauen, ey. Ich bin jetzt hier eine Stunde am Spielen. Und meine Basis ist noch nicht mal fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich. So. Weil die hier halt auch immer wieder angeschissen kommen, ne? Das ist... Die kommen immer wieder angreifen, die Gegner. Das ist ja das Schwierige. Aber der... Der... Ja, Luftangriff. Versuch's. Ja. Okay. Das bringt nicht viel, was du machst. Das bringt nicht viel, weil deine Flugzeuge werden jetzt alle drauf gehen. So. Zum Glück können die Raketentürme nach oben schießen. Das ist richtig gut. Dass ich jetzt hier so viele Raketentürme stehen habe, Freunde. Dann haben die Luftangriffe eigentlich keine Chance. Keine Chance, hier reinzukommen. Ne, ne. So, Hightech-Fabrik. Fertig. Gut. Dann als nächstes jetzt das X-Forschungszentrum. Hey, da bräuchte ich eigentlich noch einen Platz für eine Werkstatt. Hm. Das ist doof jetzt. Wenn ich keinen Platz für eine Werkstatt habe, das ist scheiße, Freunde. Die brauche ich nämlich. Um Einheiten zu reparieren. So, dann... Vor... Hä? Ah, ich muss erst die Dings ausbauen. Ah, okay. Ich verstehe. Erst die Waffenfabrik ausbauen. Okay. Nein, dann... Blockiert euch bitte nicht. Ich brauche die Kohle jetzt so schnell wie möglich, Leute. Wüstentruppen gegen Panzer ist sehr gut. Weil diesen Kampf gewinnt der meistens zumindest. Ja. Okay, ich muss die ausbauen. Ah, das habe ich voll vergessen. Voll vergessen in der letzten Folge. So, beide Sammler kommen. Hypen sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. So, da ist wieder ein Manneken, aber das hat keine Chance. Einfach eiskalt drüberfahren. Gut. Okay. Der kann sich schon selber verteidigen. Hier, das ist schon mal ganz gut. Ja, der Raumhafen, das ist jetzt... Ich brauche einen Platz für eine Werkstatt. Wie mache ich das ja am besten? Ich muss den einen Turm hier verschieben, ja. Das geht nicht anders. Ich muss den einen Turm hier verschieben. Würde ich sagen, baue schon mal die Platte dafür. Neue Bauoption. So, jetzt haben wir hier das X-Forschungszentrum. Okay, sehr gut, Freunde. Würde ich sagen, baue das Ding direkt. Weil ich will Deviatoren haben, Freunde. Die Deviatoren hier, die sind so geil. Meine Lieblingseinheiten, wirklich. Sehr, sehr geile Einheiten. Und ich möchte Saboteure haben. Gut, dann fahr du mal auf die Quelle. Wir werden jetzt zwar beide beschädigt, aber das ist nicht schlimm. So. Können die beide gleichzeitig sammeln. Und das reicht wieder nicht. Ach, wenigstens. Die Kohle reicht wieder nicht. Aber der hat hier wieder einiges an Einheiten. Der wird sich wahrscheinlich gleich wieder in Bewegung setzen. Gut, ah, da kommt er wieder. Da, oh, nein, Leute. Bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, gut. Okay. Ich dachte, er wollte auf meine Sammler gehen, aber das passt schon so. Genau, sehr gutes Timing. Sehr, sehr gutes Timing. So, genau. Jetzt will er auf den Sammler mit einem Quad, aber das reicht nicht. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut jetzt. So. Alter, der schießt weiter auf meinen Sammler, ne? Der schießt nicht auf den Turm dann oder so? Ne, ne. Oh, Sadukas. Die sind so krass, die Einheiten. Die halten auch so viel aus, ne? Schaut mal. Ja, das ist, ja. Oh, nein. Ein Sammler. Leute. Nehmt den Sammler da weg. Der geht doch drauf, Mensch. Oh. Leute, nein. Ich brauche den Sammler noch. Ah, verdammt. Jetzt nicht den auch noch. Nein, 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 nein. So, da muss ich halt einen Sammler nachbauen. Okay. Das ist nicht so, nicht so wild. Vergleich. Oh, Leute. Das war eine blöde Spielmechanik jetzt gerade. Gut. Dann egal. Dann verkauft diesen Turm. So. Wollte ich eh verkaufen, früher oder später. Gut, ich brauche einen neuen Sammler jetzt. Ich brauche ganz dringend einen neuen Sammler. Gut, aber der hat es überlebt. Gott sei Dank. Und da gehen die Raketentürme schon mit drauf. So, okay. Würde ich sagen, kann der mal... Ja. Ja, ist egal. So. Der muss weiter ernten. So, und der andere, der ist ja dann frisch, ne? Den schicke ich dann hier unten hin direkt. Und, komm raus. Sehr gut, Freunde. Der ist rausgekommen. Gut, speichern. So. Der Gegner hat es nämlich hier echt auf meinen Sammler abgesehen. Das ist so krass, Freunde. So heftig. Aber ich habe noch ein bisschen Kohle übrig. Dann brauchen wir die Werkstatt. So. Oder kann ich noch reparieren irgendwas? Ne, brauche ich eigentlich doch da. Zu wenig. Ah, zu spät gesehen. Egal. Geht er wieder... Was ist das denn? Ach, Leute. Nicht auf den Sammler, oder? Ihr geht nicht auf den Sammler... Fahr hier unten rein. Fahr hier unten rein. Nicht da oben, hinten. Vier Kampfpanzer. Holy shit. Jetzt kann er. Okay. Das ist schon mal gut. Kampfpanzer sind nicht schlimm, Freunde. Die machen nicht viel Damage. Die machen nicht viel Schaden. Die Rakete kommt so aus. Ich vergesse immer die Lufthangwürfe hier. Wir können jetzt Deviatoren bauen, Freunde. Das seht ihr. Meine Lieblingseinheiten. Die setze ich gleich an die Sammlerstelle. So. Aber jetzt erstmal die Rakete beobachten. Ach, die kommt ja... Das war knapp. Das... Was machst du? Fahr doch hier rein. Die machen immer so Umwege. Das ist unfassbar. Boah. Ich dachte jetzt wirklich, meine Raffinerie geht platt. Ich dachte, die überlebt das nicht. Aber doch, die überlebt es. Sehr schön, Freunde. So, dann einmal so reparieren. Ich repariere den ganzen Kedriss mal. So, dann habe ich die Werkstatt gleich fertig. Dann brauche ich noch ein paar Last. Und dann habe ich es. Ich habe es mal wieder geschafft hier. Mit dem Basisbau. Jetzt kommt der schon wieder. Ich brauche dann auch noch einen Turm. So. Genau, ich brauche dann noch einen Turm. Wo ist mein Manikin? Wird ausgebildet. So. Unser Stützmann wird angegriffen. Du kommst dort zu bereit. Einheit der Raffinerie. Ihr geht bitte hier hin. Okay, so. Dann. Ja. Ist okay. So, gut. Dann. Ja. So, dann. Einen Raketenturm noch hier unten hin. So. Was macht der? Wo will der drauf schießen? Wenn auf das Manikin, dann zieh den mal weg. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Boah. Wie ist der denn hier reingekommen? Sagt mal. So, das war's. Okay. Sadokas. Ah, die machen gegen Manikin nicht so viel Schaden. Schaut mal. Nee. Die machen nur gegen Einheiten so viel Schaden. Schaut mal, wie schnell die den Schweig da platt machen. So, und nach Hause direkt. So, okay. Sehr wohl. Gut. Reparieren. Reparier das Ganze. Puh, mega nervig auf jeden Fall. Mega nervig mit den ganzen Luftangriffen. Nicht ohne, Freunde. Nicht ohne. So. Von dem Restgeld. Was? Achso, ich baue noch ein Rakentum deswegen. Ah, okay. Ja, ja. Hm. Ich verstehe schon. Deswegen habe ich keine Kohle mehr. Ich werde danach noch einen dritten Sanger bauen. Nein, was? Wo fährst du denn immer hin? Du sollst da hochfahren, verdammt. Der will immer zurück. Batsch. So, haltet mir doch mal die Gegner ein bisschen fern hier. Das wäre super nett von euch. Mensch. So, reparieren. Alles reparieren hier. So, zack, 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 zack. Das hier, das hier, das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier. Okay, ja. Hm, okay. Gut. Würde ich sagen, bauen dritten Sanger. Oder Momentum. Raumhafen. Abgebrochen. 972. Das warte ich ab. Ja, das, das reicht wieder knapp nicht. Oder? Nee, da kann ich Geld mitsparen. Ich, ich warte lieber. Ich will die Sammler günstiger kriegen. So. Ähm. Ja, wie gesagt. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dass ihr immer noch dabei seid. Und wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Weil, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und, ähm, ja. Jetzt ist er nämlich wieder, jetzt ist der Sammler teurer. Ah, doof. Shit. Jetzt kommt er wieder da mit seinen Kampfpanzern. Erwache den neuen Bisschen. Oh, Wurm-Action hier. Okay. Cool. So. So. Der will bestimmt auf den Sammler hier. Geh mal wieder zurück da. Komm. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Wieder einen Sammler zu verlieren. Leute. Nein, 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 nein. Ich glaube, der will auf den Sammler hier. Oder? Was hat der vor? Weiß ich nicht. Okay. Na gut, dann. Raumhafen. Wert billiger. Wert billiger. Bitte. Ich will den nicht überteuert kommen. Oh. Dann lockt. Zieh die mal hier rein. Los. Zieh die mal weiter rein. Sehr schön. Beide in der Range. Gut. Gut, ey. Jetzt kommt er wieder mit 1000 Raketenpanzern an. So. Alter Schwede, ey. So. Dann auf den da. Wo denn? Kommt er wieder mit 1000 Raketenpanzern, ey. Wie viel kostet er jetzt? 909. Sehr gut. Okay. Gut. Direkt. Wer hat er geschossen? Egal. Warum möchte ich da noch ein Manneken stehen? Krass. Krass. Wusste ich gar nicht. Ähm. Ja. So, da ist der Dicke. Ja, den schafft ihr. Locker. Easy. So. Ah, cool. Da geht hier wieder ein bisschen stressen. Das ist schon mal geil. Was soll ich jetzt? Ja. Ich glaube, es wird Zeit, Freunde. Es wird Zeit. Palast der Ordos. Der kostet sogar nur 1600. Bei den Atriides hat er 2000 gekostet. Krass. Gut. Dann haben wir es. Dann können wir gleich Flugzeuge kaufen. Und weitere Sammler. 2 Minuten. So. Und dann habe ich es endlich geschafft. Dann habe ich endlich ein bisschen Ruhe. Meine Güte, ey. Das hat jetzt aber auch gedauert. Drei Folgen hat das gedauert. Oder zwei Folgen? Zwei Folgen waren das, glaube ich, jetzt. Da kommt mein nächster Sammler. Sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. So, dann gehe ich hier unten hin. Dann speichere ich jetzt danach die Kohle für die Flugzeuge. Aber bau erst mal das Ding. Das wird geil. Saboteure, Freunde. Da freue ich mich drauf. So. Ja, der kümmert sich um die Sadukas. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Gar nicht mal so schlecht. Werde ich doch. Oder fahr drüber, ja. Mache ich auch immer so. Sammler, komm mal her. Komm mal her hier. Die müssen wir doch nicht haben hier. So. Fahr da oben drauf. So, los. Ist noch einer. Ernsthaft. So, okay, gut. Alter, die Freben, Freunde. Alter Schwede. Ja. So. Und die Energie reicht gerade noch so. Alles klar. Und seht ihr jetzt hier? Zack, Saboteure, Freunde. Richtig gute Einheit. Richtig, richtig nice Einheit. Und genau, jetzt kommt eine Rakete. Es muss ja sein, ne? Und was macht der wieder? Keine Ahnung. Er geht durch die Weltkurven. Wieder auf die Energie, dann funktionieren die Türme erstmal wieder nicht. Wahrscheinlich, ne? Auf die Energie. Auf den Bauhof ist der gegangen. Krass. Krass. Aber der Bauhof hält zum Glück viel aus. So. Was kosten die Flugzeuge? 972. Hol mal ein. Eins. Ja, erstmal. Nein, mein Spiel. Och, Leute. Das muss doch nicht sein. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also.